So, dass ihr es gar nicht merkt, dass es ausgeschnitten ist. Ist hier schon ein Bett? Wir müssen hier das Bett machen, da. Also die Challenge war schwer, fand ich. Ich hab's hier scheiße noch kein einziges Mal gemacht, ne. Ich hasse diese Indogarmale schon mehr, oder? Ich teste ihn noch. Er springt auch nicht, ne. Er sprintet, wir auch noch... Noch weniger. So, wo ist jetzt hier das Geheimnis? Ich suche noch einmal, aber ich finde keins. Wer denkt, weil das was in dem Raum mehr ist? Was ist denn da in deiner... Hast du denn mal auf alle Schilder draufgeguckt, die wir bis jetzt gehabt haben? Was hab ich? Auf alle Schilder draufgeguckt, die am Anfang jeder Challenge standen. Eigentlich nicht. Tja. Tja, dann ist das aber schlecht, Wayne. Ja, dein Haarschnitt ist auch schlecht, Junge. Boah, bin ich froh, dass ich diese Scheiße nicht mehr machen muss, ey. Die Challenge war echt die Hölle, ey. Krieg von mir ne knallharte 5. Die Challenge krieg von mir ne... 7. Es ist wirklich halt nur dieser eine Schwier... Eigentlich ist die Challenge echt nicht schwierig, aber dieser Sprung hier vorne, ja, hier. Die haben gerade Behinderte. Ich krieg ihn kein einziges Mal hin, ne. Ich hab ja nur einmal geschaffen, die Chance hab ich auch gleich genutzt und hab alles gemacht. Ja. Alles klar. Ja. Vielleicht bin ich einfach so gut, deswegen kann ich das jetzt schlecht beurteilen, wenn ich die Schwerdie-Challenge war. Boah, Alter. Nicht, dass ich dann eine... Einige, ähm... Zuschauer, die die Map aufstehen... Es geht noch so auf die Eier, dass man hier die ganze Zeit runtergehen muss und wieder hoch, ey. So scheiß Coole da unten. Das ist alles Zeit, die flöten geht. Da kann man so ein bisschen... Ich hätte gerne ungern so eine 4-Stunden-Datei auf meinem PC, also wir zocken jetzt 1 Stunde 25 Minuten. Ja, 5 Minuten noch. Aber wir haben noch 2 Challenges nach der Eier. Ja, das werden wir ja wohl heute noch hinbekommen. Dann müssen wir uns einfach mal ranhalten, ne. Und ihr müsst einfach mal ein bisschen mehr Skills zeigen. Mal ein bisschen ranklotzen. Ja, ein bisschen Pucken lernen. Minecraft hat einfach viel mit Pucken. Ich krieg den Sprung noch einfach nicht hin. Ich weiß nicht mal, was ich falsch mache. Irgendwie spring ich viel zu weit weg. Vielleicht die Taskenkombination hier. Junge, es... Ich schlag ihn in den Monitor gleich rein, ne. Komm ich lieber lieber einen neuen, als dass ich diese Challenge weiter mache. Das ist wirklich die Logik, ey. Auf jeden Fall. Ist wieder richtig geil anzugucken, seine. Die ganze Zeit hier hochlaufen, die Kameras rumreißen. Das Junge, er springt! Das kennt man doch schon aus dem Pass davor, also von daher. Er springt einfach nicht. Du bist doch scheiße, ey. Ne. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie er macht, was er ihm sagt. Ich krieg ihn einfach nicht hin. Es geht nicht. Hey, du würdest da kriegen zum Arsch wieder voll, ey. Das ist, weil du da wieder irgendeine Scheiße im Hintergrund hast, ey. Weil du wieder mit Rücken springen musst, ey. Rücken zur Wand. Wo? Hier hat diese Arsch-engen Scheiße. Hier. Ja, aber es ist doch, ist doch gar kein Dreier, Mann. Das hat aber gar nichts mit Rücken zur Wand zu tun, Alter. Ja, aber er sprintet und springt. Die Arsch-engen Scheiße. Oh, Mann, ey. Das ist die Scheiße. Ich reg das hier alles auf, ey. Das ganze Scheiße, das ganze Design dieser verkackten Challenge, ey. Also, ich find das Design cool. Hier mit dem Glows und da immer unten das so versteckt. So eine indirekte Beleuchtung und ihr seht hier nirgendwo Fackeln oder Glows, sondern trotzdem ist es hier hell. Ja. Klasse, ey. Richtig klasse von dir. Ich hab zwar die Sprünge nicht überprüft, aber ich hab darauf geachtet, dass man aus keinem Winkel hier ein Glowstone erkennen kann. Kann der mal in die Fresse schlagen, kannst du mal aus ganz anderen Winkeln gucken. Ey, ich glaub, ich geb dir auf. Oder zumindest diesen einen Sprung, ey. Ich krieg den einfach nicht hin. Nee, nee, nee. Weißt du was? Alexander, du bist auch grad im Game on End, aber wirklich den Sprung. Ja, das wär wenigstens die ganze Zeit immer den... Ich hab den gemacht, der mach immer irgendwas hin, dass man den überspringen kann. Ja. Irgendwie sowas. Habt das echt weiter aufgegeben, ihr Noobs. Ja, ich würd den schon die Schwung ja machen, aber halt diesen Sprung möchte ich halt nicht mehr machen. Ja, ich hab echt die Challenge ändert. Seh ich das grad richtig? Ah. Ja. In der Tat hast du da richtig... richtig geschaut, Wayne. Ah, ihr Ohr. Jetzt hab ich auch das Secret gefunden, Liam. Ähm. Ja? Hier ist es doch. War nicht schlecht, hast du gut versteckt. Nee, naja. Ist das doch nur AFK? Ja, also geht ihr nochmal essen, oder? Ey, Junge, wie geht ihr denn einfach auf? Junge, wie geht ihr denn einfach auf oder was? Weißt du schon, dass wir aufnehmen, oder? Ey, er ist so dumm, ey. Wirklich, Alter. Angst hat, dass seine Mama ihm sonst wieder das Internet wegnimmt. Ja. Was soll diese nächste Gammel-Challenge hier sein? Wird ja irgendwie witzig sein. Der nächste Challenge ist ja mal mega einfach, Mann. Was? Ich gebe das jetzt auf. Und alle, wenn alles noch jetzt gerade nicht onkommt, ich will jetzt die Map hier fertig haben und für die Aufnahme wählen. Ja, das habe ich jetzt auch gemacht, die Challenge. Die wird sonst giga lang, ey. Das habe ich halt nicht gemacht, meine eigene Challenge. Schade. Wieder nicht. Mann. Ich würde jetzt zwei aufgeben. Komm, jetzt machen wir die hier ganz schnell. Warte, ich mach kurz was. Ist ja nochmal ganz legal, wenn du dabei bist. So, 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 so. So, so, so. Das ist richtig ranzig, was du hier gebaut hast, Mann. Ja, gemacht, so. Jetzt kommt die letzte Challenge, ne? Das ist eigentlich auch keine richtige Challenge, also, weil sie sollte eigentlich nur so, so sollte ich halt wieder rauskommen. Challenge 15, okay. Interessant. Oh, da habe ich falsch geguckt. Das ist nämlich auch jetzt die letzte Challenge. Na gut. Reicht ja auch irgendwann, ne? Gibt's ja echt keinen Checkpoint. Oh, jetzt auch so einen dummen Nippel. Nee. Das ist doch so scheiße. Wie kannst du denn so einen Vanagieren machen? Das ist ja die letzte, ne? Nochmal ein bisschen verhaust gerade hier am Ende. Die ist nicht so einfach. Das stimmt schon. Ja, Frau Birgert, lass mich mal in Ruhe. Oh, ich wobble schon wieder. Okay. Ich bin wieder auf dem Tower. Ich verstehe irgendwie diese Wobblescheiße, dann bin ich, als ich da gebaut habe. Ich sehe also, wie kann man da denn noch rum? Jetzt muss man ja an die Leiter, ne? Die habe ich nämlich schon gesehen, als ich runtergefallen bin, du Assi. Oh, ich bin dran. Junge, ich bin gerade so fickrig, Mann. Ich will das machen, Mann. Ja, Dieter. Dann fall ich da runter. Oh, das war jetzt echt bad play. Das jetzt check ich nicht, ich weiß nicht. Ich bin gerade über dir, hier diese Kacki. Wie soll man das denn machen? Man muss einfach dann gefuhl machen. Wieso man das denn machen? Junge, ist deine eigene Möp, Alter. Ja, Junge, ich habe teilweise... Wenn du gut springst, dann kommst du auch gleich an die Oberste dran. Wobbelst du gar nicht. Da musst du schon richtig geil in den Bogen springen, wa? Ja. Das ist nicht machbar, ne? Ich habe es schon wieder gemacht, aber ich bin da. Dann fall ich da einfach random runter, ey. Verr tocala, jetzt laden... Ich bin da.